Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead Mission. Ja, wir sind jetzt hier gefangen mit Sam. Und ja, Pete wurde auch eingesperrt in einen anderen Raum. Und wir haben keine Ahnung, mit wem wir das so richtig zu tun haben, weil Sam rückt nicht so wirklich mit der Sprache raus. Ich glaube, wir werden sie jetzt auch nochmal ansprechen. Vielleicht erzählt sie ja noch ein bisschen was. Wir müssen unsere Fesseln lösen und ein bisschen was zum Aufschneiden finden. Das werden wir gleich tun. Aber, wie gesagt, ich möchte zuerst mal wissen, was hier passiert ist. Also sprechen wir erst mal Sam an. Okay, sie sagt momentan nichts. Ich würde mal die Schwimmbästen ansehen und hoffen, dass da vielleicht was drunter liegt. Okay, da ist anscheinend auch nichts. Sporttaschen. Zigaretten. Wir können uns das nur ansehen. Vorräte. Ja, sehen wir schon. Und die Sporttasche. Genau, es ist alles hier von der Fähre. Deswegen ist das so. Die haben da schon alles geplündert. Oh, da ist der Teddybär. Das ist der Teddybär. Wieso steht denn da Vorhängeschloss? Das ist der Teddybär vom Foto. Was hat das zu bedeuten? Oh mein Gott, da sind ihre Kinder. Oder das sind einfach nur die Kinder aus dem Wald. Ich weiß nicht so genau, was es damit auf sich hat. Sieht es nicht durch, glaube ich. Ich weiß. Wenn du rauskommst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist die Wahrheit. Du sahst die Böse nach der Ferry? Das war eine andere Gruppe. Wir waren mit ihnen mit denen. Randall hat sie alle. Alle. Auch die Kinder. Er kam mit seinem ganzen Krupp. Und er hat sie... hat sie versucht. Sie versuchen zu weg. Wie wissen Sie? Sie sehen, dass es passiert? Wir waren auf einer Runde. Wir hörten gunshots und grünen. Wir versuchten zu suchen. Aber... Und sie fiel was da. Das ist warum diese Sachen hier sind. Das machen sie. Sie denken, dass sie alles auf dem Wasser gewinnen. Alles, was sie finden, sie nehmen. Und wenn man eine Kampf... ...wählst du, was passiert. Sie sind einfach... Es ist nichts für sie. Ich habe gesehen, was Randall getan hat. Jetzt verstehst du es? Wenn du jemanden da draußen bist, dass du nicht sagen willst, erzählst du diese Leute eine Sache. Niemand kommt zurück. Ja, schlechte Idee. Sam, das ist eine schlechte Idee. Okay, ab jetzt müssen wir ihr helfen. Das ist eine Chance. Whoever kommt durch die Tür, wir schlafen sie. Wir können das zusammenfangen. Es ist jetzt oder nie. Oh, ich weiß nicht, ob das bei ihnen so eine gute Idee ist. Ich habe gar nicht gehört, rutsch. Ich habe gar nicht gehört. Es war so klar, dass es eine schlechte Idee ist. Es ist immer eine schlechte Idee, jemanden mit einer Waffe anzugreifen, wenn man selber keine Waffe hat und keine Chance hat, die Waffe zu entreißen. Also, Michonne. Das ist ein tolles Name. Norma? Ich wollte immer Veronica oder Gwendolyn, als ich eine Frau war. Aber ich habe meine Liebe mit ihr, glaube ich. Aber du bist glücklich. Du musst die Leute nennen. Michonne. Das ist gut. Ein schönes Name. Kannst du nach dem Punkt kommen? Ich bin sorry über all das, aber ich möchte einfach sprechen. Das ist alles. Dann magst du diese Sachen wegnehmen? Natürlich. Als ich dich besser weiß. Ich weiß, dass du wütig bist. Aber ich versuche, Dinge aus meiner Perspektive. Das ist alles. Ich versuche, dass du von mir, von meinen Menschen, von mir und ich, von mir, von mir, von mir. Das macht dich und ich auf die andere Seite des Fels. Wenn das nicht so wie du siehst, enlighten mich. Help mich verstehen. Wenn ich mich verstehe. Wenn ich mich verstehe. Wenn ich mich verstehe, würde ich sie für dich. Du willst mich wissen? Wir sprechen. Das ist das, was ich gerne zu hören. Du kannst mich helfen, zu den Bordern. Du machst das. Und du kannst nach Hause gehen. Dazu gehst du es. Du musst dich wegnehmen. Du kannst dich uns mit dir. Da geht es. Du bist du und Samantha. Wie lange hast du dich ins zusammengekommen? Ich habe noch nie gesehen, ich habe nicht gesehen. Aber dann muss ich dich mal meinen, wie bist du. Ich bin Tschüss. Nun hatte ich gesehen. Das ist nicht eine Antwort. Das ist doch fast die Wahrheit. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Das ist das reale Normale. Es ist jetzt. Ich weiß gar nicht. Also hier ist das Problem. Du sagst mir was ich zu hören. Wie viele sind da draußen? Ich sag nichts. Ich weiß, wie diese ganze Sache muss dich ansehen. Ich verstehe. Aber es gibt mehr daran, was du zu verstehen. Seitdem du gerade besucht hast, gibt es etwas, was du solltest wissen, über Samantha. Diese Frau ist eine Natur-Born-Liare. Sie ist gut. Ich hoffe, sie hat es gut gemacht für dich. Sie sagte, es war all ihr fault. Sie ist entschuldig. Und bitte, du kannst sie helfen, big, bad Norma. Am ich zu warm sind? Das ist nicht die erste Mal, sie hat das Wort zu jemanden. Sie hat es nicht gewusst. Sie haben es genau verstanden. Sie sind diejenige, die uns zu holen. Sie haben uns geholfen. Für gute Grund. Sie hat uns geliehen. Sie hat uns geliehen. Sie hat uns geliehen. Sie hat uns geliehen. Sie können sehen, warum ich ein bisschen frustrierst. Ich meine, ich lasse sie weg. Keine Werteilung. Und jetzt ist sie wieder zu mir. Wie soll ich das fühlen? Sie ist nur ein Kind. Sie hat uns geliehen. Sie hat uns geliehen. Sie hat uns geliehen. Sie hat uns geliehen. Es gibt eine gute Linie zwischen zu sein, und zu sein. Sie hat uns alle eine zweite Chance. Ich glaube, das. Aber nicht eine dritte. Die meisten Leute nehmen uns wenn Sie sie lassen. Sie hat eine zweite Chance zu Rashid und Vanessa? Wer? Rashid und Vanessa. Sie haben sie nicht gehört. Sie haben sie nicht gehört. Aber wenn sie hierher kamen, dann sicher, sie haben ihre Chance. Ich versuche, diese Leute zu retten. Das ist das, was wir hier machen. Ich bringe die Leute in, sehen, dass sie sie verabschieden, verabschieden, nachzudenken. Was ist das, was Sie von ihnen nehmen? Die Salvage? Wir brauchen die gleichen Dinge, wie jeder macht. Wir poolen unsere Ressourcen, wir surviveben. Ich sage Ihnen nichts, Sie wissen nicht. Sie wissen nicht. Keine mehr schlafen in den Busch. Wo ist das Rest? Was? Sie sagen, Sie waren nicht mit den Kindern, aber Randall hat Sie mit ihnen. Sie hatten das, aber noch viel mehr fehlt. Also, wo ist das Rest? Tja, aber ich weiß doch wirklich nichts. All kinds of stories. So you'll be asking the questions. Let go of me! Ich glaube, being a pain in the ass runs in the family. Gregg, ist es? Wir werden nur ein bisschen fact-checking, Gregg. Wir sehen, ob Ihre Geschichte sich verabschieden. Es gibt keine Chance, dass ich Sie mit Ihnen nachdem, was Ihr Bruder... Shit, Randall! Fuck you! You want another one? Randall! Come on now. Michonne, mind you asking Greg what I asked you? Go on now. Ask him. I'm not doing anything for you. Well, if that's how you feel. How long you two been running around together? A, long time. We're all family friends. Hm. That's not how Michonne told it. She said you just met. Someone's full of shit. Oh God, was mach ich denn jetzt? Pfff! Pfff! He's just scared. Limby! The kid's a liar. Hey! Okay. Let's try again. Michonne? The one about your people. You remember, don't you? Okay. Okay, wir fügen uns da mal. Okay, Oh, was erzählt der denn für'n Scheiß? Yes. It's disappointing. She said it was just you four. Randall! Oh God! Please, I'll tell you whatever you want. You don't need to use that. She's right. Randall, think you made your point. Ugh. Get a towel, Zachary. Leave him alone, okay? It's just a kid. Come a pity party when we're done. Get the fucking towel. Okay, ich habe gelogen. Wir geben es zu. I'm the one who lied. Was für ein Arsch. Soft. Now being smart isn't the same as being soft, Randall. We're not gonna get what we need your way. Zachary and I will figure this out. You go below and get the other fella. You make quite the pair of lies. Ja, irgendwie ist es jetzt aber dadurch total durcheinander. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir auf welche Geschichte da irgendwie eingehen sollen. Eigentlich wollte ich ja nur die Wahrheit sagen. Wollte aber doch die irgendwie beschützen. Genau. Gib ihnen einfach, was sie wollen. Ist vielleicht am besten. ig. Und ich habe diese Frau gesehen. Ich habe das. Ich habe das nie getan, nie. Ich habe das nie. Ich habe das nie gemacht. Ich habe das nie getan. Ich habe das nicht kaum Angst. Ich habe das. Ich werde nicht sagen, was das hier passiert. Ich habe das nicht. Ich habe das nur klar. Ich würde sicher, dass das Hausten hat. Es ist schlecht. Aber die Menschen sind schlimmer, nicht sie? Ich wusste es nicht so schlecht. Sie wissen, was sie machen. Sie einfach nicht interessieren. Menschen, walkers, macht keine Unterschiede. Wenn du willst, glaubst du dir selbst, niemand anderes. Das klingt wie eine lustige Leben. Ich weiß nicht. Die Sache ist, ich sage das über Menschen, aber die Menschen, Familie, sie sind die einzige Grund, warum ich live. Was, wenn du das überhaupt nicht hast? Ich lasse sie hinter, meine Kinder. Ich wusste nicht. Du liefst dir selbst, um zu leben, also du weitergehen. Aber wenn du stoppest... Michonne! Was haben sie mit dir gemacht? Nur fragen Fragen. Hey, Sam! Ich habe sie nicht gesehen. Shit. Wie spielen wir das? Ja, Michonne. Wie spielen wir das? Ich bin alle Augen. Ich habe nur noch ein paar Fragen. Ich habe sie mit dir geholfen. Ich habe sie mit dir geholfen. Nein, ich habe sie mit dir geholfen. Zachary? Ich habe nur ein paar Fragen. Ich habe ein paar Fragen. Tja, anscheinend wird sich dann gar keine Geschichte irgendwie überschneiden. Also... Es wird drei verschiedene Geschichten geben. Das ist doch eigentlich totaler Müll jetzt. Finde ich zumindest. Irgendwie nicht ganz so klug gelaufen, das Ganze. was ist das? Was ist denn das? Jonas. Haben Sie einen Patienten, der braucht dich? Nein, Sie können nicht nur hier nur mit dem... Jonas. Okay, fine, Randall. Well, that's just, you do nothing. You cower and you whine because you don't have the balls to do things that they doing around here. Can we just get this over with? What? You feeling sorry for this wasted space? Look, whatever you're gonna do, Randall. No, I'm not gonna do shit. Your fucking uselessness stops now. Time to earn your keep. Here, go on, get them talking. Where are the rest of the supplies? The bags with the ammo. Hey, you shouldn't keep your finger on the trigger. Don't tell me how to hold a fucking gun. I don't know, Zachary. Maybe she does know better than you. Please, no one has to get hurt here. Shut up! Just because Randall's an asshole doesn't mean you have to be. Hey, you gonna take that, Zachary? I'm not like him. Prove it. I don't think she's taking you very seriously. Come on! I need a location. Now! That's it. Careful. Don't get too close to her now. Please. We all need to calm down. Okay, okay. Just take a deep breath, okay? Talk to us. I'll stay calm. If you do. Hey! Who's in charge here? You or her? Huh? You want answers? Talk to me. Stop! Stop! Don't move! Sam! Greg, don't! It's okay. You think this is okay? We don't have to be enemies. You don't have to do this. I know. Last chance, Zachary. Fucking do something! Stop! Stop! Damn it, Sam! Now who's taking things too far? I didn't... Outside! I... Now! No! No, 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 Greg! Sam... I can't! We have to get out of these! We have to help them! Sam... Oh, God. Craig... I can't... reach him! Was soll denn heißen? Lege ihn nieder! I can't... reach him! Someone's shirt. I could slow down the bleeding. Greg! Ja, los! Ich glaube nicht, dass wir ihm helfen können. Okay. Aufheben. Please! Hemd verwende ich da. Da kann man nicht mehr viel machen. Da braucht man einen richtigen Arzt eigentlich. Was soll man denn da machen? War klar. Das war so klar. He's gone. He's going to turn, Sam. He's gonna... He's gonna become one of them. It happens fast. We don't have a lot of time. Oh, God. I'm gonna need your help. I can't. I can't. I just need another second. Please. I can't. I can't let you go yet. Greg. Greg. Get off me! I just... I just need more time. I am... Ja, wir haben nämlich keine Zeit. Greg, please! Zum Glück ist er gefesselt. Hold on. Hold on. Oh mein Gott. Wenn man das noch so sieht, dann... Das ist ja echt... krass. Das ist wirklich krass. Und traurig. What the fuck? What happened to him? You fucking shot him! I didn't mean to. Okay, ich würde ihn jetzt nicht, äh... töten. Das ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Ich muss sie aufhalten, glaube ich. Ich glaube, das ist besser, auf jeden Fall. Das könnte nur noch mehr Probleme bringen, wenn der auch noch stirbt. Sam versteht das doch. Das bringt nur noch mehr Probleme. Und wer erschießt sie jetzt, ey. Dann bin ich richtig sauer. Mann! Ey, was ist denn das? Warum handeln die alle so blöd? Haben wir das erste Kapitel eventuell geschafft? Ja. Das nächste Mal bei The Walking Dead. Mich schon. Wir haben tatsächlich das erste Kapitel geschafft. Ich habe das erste Mal bei The Walking Dead. Okay, hast du versucht es zu beenden? Du und 67% der Spieler nahmen die Waffe herunter. Wie bist du auf die verlassene Fähre gekommen? 71% gingen die Leiter hoch. Randall im Lager ist aufgelauert. Der 57%, da waren alle so ein bisschen hin und her. Hin und her. Wie nennt sich das? Oh mein Gott, mir fällt das Wort nicht ein. Hast du Greg und Norma verraten? Teilten die Schuld mit Greg? Okay, das waren auch so hin und her gerissen hier, so 50-50 fast. Hast du Sam Sahari erschießen lassen? Du und 82% haben Saharis Leben verschont. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir sehen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht und ich hoffe, es gibt noch eine nächste Folge. Müsste ja aber eigentlich. Ich kann ja auch weiterklicken. Klicke ich jetzt noch mal auf weiter? Nein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.